Naja, woran kann ich mich noch erinnern? Ja, an den ersten Lockdown kann ich mich sehr gut erinnern. Erster Lockdown war sehr, sehr schön. Mit drei Kindern eingesperrt, sehr, sehr schön. Im ersten Lockdown, da weiß ich noch, da bin ich wirklich ruhig geworden. Das weiß ich noch. Ich bin wirklich ruhig geworden. Ich habe sehr viel gekocht im ersten Lockdown. Das Kochen hat mich sehr, sehr beruhigt. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich habe gekocht, mein Sohn stand neben mir und mein Sohn hat immer so ein Geräusch gemacht. Er hat immer so gemacht, so während ich kochte, ohne es zu merken, machte er die ganze Zeit so Und irgendwann habe ich ganz ruhig zu ihm gesagt Kannst du mit dem Geräuscher werden?